Willkommen bei einem Video für B-Part Gaming. Ich bin Tess und ich habe hier den Oli dabei, der hat nämlich jetzt quasi bei Play Against Us das Glück gehabt, dass er gegen mich ran darf und dass das ganze dann auch direkt gefeatured wird als ein Video auf unserem Kanal. Hallo Oli! Hallo! So, wir haben eben schon ein bisschen gequatscht, während ich das ganze eingerichtet habe. Du spielst eigentlich normalerweise ganz gut Halo, hast du mir grad schon verraten. Ja, also relativ gut. Und du hast auch einen YouTube-Kanal? Ja genau, der heißt Nuelis & X-Fatter und unser Ziel ist halt für die deutsche Community, die was in Halo besser werden wollen und vor allem in die Profiszenen reinzukommen wollen, eben Videos zu geben. Im Prinzip ist das genau das Gegenstück zu einem Kanal. Genau, weil ich jetzt auch grad so genau so verstanden. Gut, können wir gleich noch ein bisschen quatschen, am besten fangen wir einfach mal an und stellen mal die Karte und so weiter ein. So passt eigentlich von den Trikots. Und was man vor dem Spiel so? 4 4 2, Brat-Rotter. Okay. Das ist ja so bisschen standard, ne? Spielt ja echt. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Ausstellungsrichter nicht hinbekomme. Also. Da muss man sich immer konzentrieren. Neben dabei zu quatschen ist sehr, sehr schlecht. Ja, vor allem wenn man grad Aufstellung überlegt, wie man das am besten angeht, weil irgendwie 100.000 Leute auf einmal drinnen sind, die was gar nicht drin sein sollten. Ja, 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 der muss dann auch noch, bis man dann noch die Bank eingestellt hat, das kann dann auch noch mal momentan oder man fällt total dabei. Aber bei mir schaut es jetzt schon ganz gut aus. Irgendwann läuft ja auch die Zeit runter. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber ich schau mal ganz kurz. Du warst noch 10 Sekunden ungefähr. Okay, das sollte sich ausgehen. Hier kann ich schon. Egal, ich probiere das jetzt so. Okay. Ich spiele noch 3, 2, das hat doch geklappt. Sehr schön. Und du hast eben schon, also ich hab schon, das Erste, was ich gefragt habe, war, ob er gut spielen würde. Und ich hatte den Eindruck, dass du schon auf jeden Fall ganz vernünftig spielst. Also hast du mir erzählt, dass dein Cousin ganz gut spielt und dass du auch in Österreich, also dass du schon in Österreich noch ein paar Landes warst, wo du FIFA gespielt hast. Ja. Also hast du auch schon so ein bisschen Wettbewerbserfahrung im FIFA-Bereich? Na, also, ich weiß nicht, was dann bei Österreicher Zuschauer, also Outbibio veranstaltet in Wien, relativ oft eigentlich zu mir, also ist so, eigentlich so, ich kann man sagen, alle zwei Monate, da ist irgendeine Lahn, wo FIFA gespielt wird, also. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass so gewonnen wird. Also ist so ein Lahn-Center mitten in Wien, sozusagen, und ja, das ist relativ cool. Ja, so regelmäßig so an Wettbewerben teilzunehmen zu können und offline auch, das ist ja echt, sag ich mal, eine coole Möglichkeit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sowas in dem Rahmen auch in Deutschland gibt. Da müssen wir vielleicht, ah, oder wäre schon fast das erste Mal in die Tone gefallen, ähm, die Malte oder die Gierfrau, von denen hab ich auch noch nicht gehört, dass es sowas in die Richtung gibt. Ja, das Problem ist halt in Österreich, Lahn sind eigentlich relativ unbekannt. Das Konzept einer Lahn, was? Ja, generell, dass überhaupt Lahn veranstaltet wäre. Okay, ja. Ist nicht so bekannt. Sieht man halt auch an den Teilnehmerzahlen ein bisschen. Ja. Ja, ich bin früher, ich hab ja ursprünglich mal eigentlich mit Counter-Strike angefangen und da war ich dann auch mit meinem Clan immer früher auf Lahn. Also ich hab das Gefühl, also irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, wie momentan die Situation in Deutschland im Clan ist, also wie regelmäßig sowas stattfindet oder ob es da Kurse gibt, aber also früher war das schon, sag ich mal, immer ein reges Angebot, gab es viele Möglichkeiten. Aber natürlich weiß ich jetzt nicht, ob es das, oh, schade, ob es da auch jetzt im FIFA-Bereich noch regelmäßig Lahn gibt oder auch einfach im Counter-Strike-Bereich, ob es da noch sowas gibt oder ob es einfach nur noch die großen Bekannten sind, die einfach jahrelang das immer alles gemacht haben. Ja, vor allem Ding, ähm, meinte, könnte man halt fragen, weil, die waren ja auf der Reflex-CG hier in Geo-Work. Genau, ja, dann haben sie dann auch gespielt worden. Was, da ist auch? Ja, Halo. Ja. Eben, da waren eben Halo. Und da hast du nicht hingegangen? Ähm, nee, ähm, da war ich grad in, wo war ich da? Ich war da nämlich grad auf Urlaub. Okay. Ich muss überlegen, wo war ich da? Schifahren und Kitzbühel, Kitzbühel. Ähm, nee, das war ich letzte Woche. Ach, Mann, wo war ich? Ich war, ah, da war ich auch Skifahren, aber da war ich in einem anderen Skigebiet, weil da war ich nämlich nur in einer Familie. Okay. Also Österreicher fährt man recht regelmäßig Ski, oder? Ja, generell, also ich sag mal so, wir verreisen generell relativ oft. Ich war auch, ähm, im Herbst war ich in Barcelona und jetzt nächste Woche fliege ich auch in Sri Lanka. Ja, dann, was machst du denn eigentlich, wenn ich mal so fragen darf? Ähm, ja, ich bin Schüler jetzt, ich, zu zart. Oh, der flankt nicht? Was ist los? In einer Handelsakademie auch in Österreich, ja. Okay. Und da hast du so viel Zeit, nur noch ein bisschen Urlaub und hier und da und... Ich sag mal so, man muss sich die Zeit nehmen. Okay. Soll ich mal, dass es das genau bedeuten mag. Das war's, äh, das muss ich schon, als ich den Spieler, dass das nicht wird, weil er einfach direkt von der Spiegel ist, und das ist immer scheiße. Und dann... Oba, dass ich glaube, Viva-Dratus sogar mittlerweile besser geht, als in Viva 12. Hm. Ja, noch ein bisschen mehr jetzt hier. Du kennst ja meine Spielweise, dann auch schon aus, wenn nicht, es gesagt, du hast irgendwie schon mein Kanal. Oh, warum geht die nicht? Ja, genau. Du schaust, als ich auch 1000 Abonnenten bei FIFA Testix noch hatte. Also, sag mal so, ich glaube, Elfmeter würdest du nicht wirklich... Hahaha. Okay. Sag mir, gestern habe ich wieder so ein Stundenvideo so angesehen, wie du da den HNL verkapptest, du denkst mir so, so in die Ecke schießt. Ja. Okay, nicht schlecht, da muss ich natürlich jetzt berücksichtigen, da gibt es einen kleinen Psychospiel, ich im Netz, äh, zum Elfmeter kommen sollte. Dann lupfe ich mal zur Abwechslung. Weil ich glaube, das habe ich ganz, ganz selten bis jetzt gemacht, oder? Also, ich glaube, ich habe es noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe es einmal gemacht und es ist so noch direkt in die Hose gegangen, zu dem denke ich mir so, das muss doch nicht sein, dass das dann auch im Video zu sehen ist. Weil ich meine, wenn man so mal einen Elfmeter verschießt, dann ist das ja nicht schlimm, aber dann will dann die ein paar daraus Leute das auch noch sehen und denken, das ist jetzt ungünstig. Lieber nicht. Ja. Ja. Oh, jetzt sind die Ohr. Ja. Ja. Aber da kein Luft mehr, also da los. Dann ist das getriebener Goms. Ja, das war jetzt so ein Montagsspalten, passen, ne? Der Schatzkirche. Oh. Aber auch mit fünf mehreren Höhungen mit dem Ball kommen, sind dann nicht automatisch gut. So, bis jetzt hier ein hin und her, aber bis jetzt so nicht so viel, also am Anfang halt ich eine gute Chance und du dann auch mit durch die Ecke, weil man sonst jetzt die letzten paar Minuten, dann zu ruhig. Oh, richtig. Der ist im Absatz, der ist im Absatz. Schade. Da muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Da hast du irgendwie die Viererkette ein bisschen aufgelöst. Oh, hier Klankenwagen haben sie auch, äh, kennt man, ne? Also das ist, das ist nicht so, dass ich das irgendwie einspielen würde, nein, das ist regulär, fahren hier die Klankenwagen so rot durch die Gegend. Kennen die Leute. Ja. Da heißt, gerade defensiver finde ich nicht. Die Viererkette Das stimmt, disciplista, der Schau stainless, der Schuh' die Clausen ganz verfolgt. Kamen wissen auch, es ist doch nicht, bestraft und kommt allem. Aber das Garnat, der Spalter, das ist ein Zahlen zu Kindergarten. Da wird ein Ende, dass das Sectiale im Nachhuz par Wort gemacht. ging es закрыt. Ich habe dann fest noch einmal Unfortunately an Herrn Sensil, Führerr mit sorange übernimmt, wo man sich nicht konsequent genug wo sie sehen dass wir gleich in den Ball spielen kannst du verteidigen schlägt den Ball ist durch nur nur jetzt mal hier schnell das dauert das ist so auch wer einfach schnell und dann läuft es auch nicht dass ich die Tastendruck gehört wie du es sind dann läuft er noch so schön an die Linie ran und ja, muss ja alles akkurat sein. Dankeschön, das ist halt auch, dann kann er sich das auch gleich schenken. Ja, oben. Der Ball, arme. Der Gomez hier gestern gegen Bayer Leverkusen sah das eleganter aus. Ich hab's nicht live gesehen, aber er hat das Tor dann angeschaut. Das ist natürlich auch, ich muss einmal hier komplett stehen bleiben. Das wäre natürlich geil, wenn die Ziele-Verbindung zusammenbricht, aber es galt nicht. Wir sind noch da? Ja, ich bin noch. Aber ich sehe gerade, ein Laptop. Was ist denn das jetzt? Schade. Okay. Dann lade ich direkt nochmal neu an, aber dann machen wir eine kürze Reibzeit oder kürze Reibzeitlänge. Ich weiß nicht, bist du disconnected aus dem PSN? Nee, ich bin noch drin. Das ist ja faszinierend, also dann sieht man mal hier recht, gerade bei uns beiden ist das Internetentscheidend noch da. Aber ich finde es schön, dass du den Sieg bekommen hast. Wirklich? Ja. Du hast drei Punkte. Ja, keine Ahnung. Das ist in FIFA teilweise echt komisch, weil ich spiele auch mit meinen Freunden und ich hatte eine Zeit lang, ganz am Anfang von FIFA 13 war das so, wir haben gespielt bis zur 85. Minute und in der 85. Minute ist immer die Verbindung zusammengebrochen. Okay, ja. Der hat sich EA bemüht, dass bei euch kein Streit aufkommen damit, weil dann stehst du keine ... Wahrscheinlich. Ja gut. Dann, ähm, ich habe jetzt vier Minuten in der Halbzeit eingestellt. Ja, also wir waren eh noch nicht in der Halbzeit, also ich glaube, das passt eh. Ja. Also wir waren irgendwie 42. oder sowas und so um den Trail. Bis jetzt konnte ich noch nicht zufrieden sein, aber jetzt haben wir ja nochmal ein ganzes Spiel so in der Halbzeit noch mal die Chance für dich. Ja, aber auch für dich, also ... Ja, ich rechne mir nicht so große Chance jetzt aus, also ... Ja, jetzt spiele ich richtig, okay? Okay. Vorher hast du nur mit deiner Hand gespielt, oder was? Ja, also ... Nee, nee, daran hat es nicht gelegen. Aber ich merke das auch, ich meine, ich weiß, dass es für viele Leute ungewohnt ist, halt nebenbei zu reden und dann zu spielen, dass sie darauf gar nicht da kommen, aber das ist auch bei mir so, vor allem wenn ich in so einem Gespräch bin, das ist nochmal das ganz anderes, als wenn ich alleine kommentieren würde. Ja, wenn du alleine kommentierst so, konzentrierst du dich halt nicht so drauf, weil du nicht so nachdenkst. Ja. Das habe ich halt früher auch bemerkt bei den Commentaries und so, wo man, wenn man live mitmacht, ist das was ganz anderes. Ja. Weil du musst dann halt die Koordination dann noch reden und dann muss man noch aufpassen, dass man nicht irgendwas redet. Ja, das geht relativ schnell, dass man irgendwas redet. So, hast du noch wieder mal so in etwa 10 Sekunden jetzt? Geht sich aus. Jetzt ging's flüssiger von der Hand. Ah, dann schauen wir mal, wie sich jetzt… Und was zeigst du zur Champions League Auslosung? Ähm, so lass mich überlegen. Also Bayern hat natürlich echt, finde ich, ein ziemlich starkes Los erwischt, also dass das echt wie Manchester City sie nicht unterschätzen sollten. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer wird, weil die natürlich auch über die Defensive sehr kompakt stehen. Und ansonsten, was gab's noch bei Barcelona gegen PSG? Okay. Das kann ich mir… Da haben auch schon viele geschrieben und habe ich gelesen, dass sie sagen, ja, das ist eigentlich ein ganz benötiges Los, aber ich denke, die sollte man auch nicht unterschätzen. Also das kann ich mir… Also ich meine, Galatasaray gegen Reimer Tritt, das ist irgendwo klar, dass es da eigentlich irgendwie… Wahrscheinlich recht eindeutig wird. Ähm… Malaga sollte man nach meinem Befinden auch nicht unterschätzen. Also du merkst schon, da wo die klaren Favoriten sind, sag ich denn noch, dass man die nicht unterschätzen sollte, die… Ja, generell auf dem Niveau. Richtig. Und Malaga denke ich sowieso, also die haben ja in die Gruppenphase als in Gruppenerster überstanden, haben jetzt gegen wen sie gewonnen, Antetico, ne, gegen wen sie das durchbekommen. Oh, das wird doof, das wird doof, wenn er schon Ronaldo hochsteigt, da wird's dann immer eng. Ja. Gegen wen haben die nochmal die Gruppenphase, äh, gegen die erste K.O. Runde überstanden, Malaga? Weiß es nicht. Ich weiß es auch grad nicht. Aber es war ein spanischer Verein, meinst du? Ne, ach, Fika, Lissa, ne. Ach, Porto. Ja, Porto, ich denk's mir gerade, ja. Vor allem von mir hat gewettet, äh, Sieg Porto und äh, Sieg Bayern hatte irgendwie ne extrem gute Quote. Ja. Ne extrem gute, also eigentlich nicht so gute Quote, aber dadurch, dass da noch andere Wetten, die was risikoreicher waren, da hat das so eine Kombi-Wette und dann fallen ihm wirklich die zwei, die was eigentlich halbwegs sicher waren, um, das war ein bisschen doof. Rübergehe ich jetzt hier auch mal aus. Ne, kommt natürlich weit, 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 weit. Oh, halt, der noch drinnen. Na? Ist noch nichts passiert, ist noch nichts passiert, aber jetzt, pass auf! Ach! Ach! Ja. Ich glaub, ich muss bisschen mehr wie Ronaldo machen. Auf jeden Fall, also wenn man Montreal spielt, dann sollte man einfach immer den Ball zu Ronaldo geben, weil, das ist einfach... Das ist dann so wie du mit ihm von Reus, war einfach alles auf Reus, der wird machen. Das ist doch hier ein ganz böses V, gerade! Da wurde zusammengetreten von dir im Strafraum. Ja, das mit, in Form Reus, ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Na, wobei, ich weiß es noch nicht. Also ich hab immer noch, falls jetzt das in die Richtung denkst. Aber ich hab vor, ein bisschen um zu strukturieren. Ich weiß nicht ganz genau, ich weiß, ich weiß auch nicht ganz genau, wann die Folge kommen wird, wo es ankündigt, die alles mit einem neuen Team bilden gehen. Und da wird es aber auch Reus noch mit dabei sein. Oh! Komm! Witte fliegt er da durch die Gegend. Noch gar nicht notwendig. Die Ecke ist wirklich sehr sehr gut finde ich von der, von der Richtung her. Oder von der, wo sie hinkommen, dass man weiß, ob wir den Teuter raus haben, sollen wir nicht rausholen. Und jetzt, so was auch schon dritte und zwar schon das dritte Mal, dass die hier sie gekommen ist. Also das machst du, dann machen wir viel sehr gut, aber, aber jetzt hat er auch ein bisschen Raum, nur scheiße, dass der auch ein Lied mit. Ja, du machst drauf auf einmal aufrechtlich, ne. Kein Problem. Prozent die Lacken bei den Wünslet der Ereignisse die Existenz werden ja ich hab's noch gedacht er hat mir gedacht er hat irgendwie muss ich jetzt irgendwas machen als sonst nur was ich so alle freiheit das konnte nicht draufgehen von der Situation da ist so schlecht ich hatte ich gedacht dass du mich quasi laufen lässt und es ist nicht mehr und da hat mich in dem Sinne so schwer in den Abschluss der Mann ist man nicht betroffen ist man im Rechten da so gut platzieren können oder immer einschließen können, finde ich jetzt. Also, wo laufen denn meine Spieler schon wieder hin? Das ist Lahm. Der ist sogar nach vorne gelaufen. Oh, stark. Boah, Gustavo. Ja, der ist ein Abräumer, ne? Ja, ja, aber der spielt doch übertrieben krank in FIFA. Also, wenn ich den mit ZDM spiele, der gewinnt alle Duelle. Das ist unpassend. Ich bin halt als Innenverteidiger. Und der ist nämlich, ich finde, der ist einfach so geil in den Zweikämpfen. Ist halt auch, sag ich mal, nochmal ein bisschen schneller als zum Beispiel Dante oder Badstuber natürlich auch. Und von den Zweikämpfen hätten, passt das total. Und der ist auch nicht klein. Und ja, von daher, finde ich, passt das. Und was mit Martinez, wie gerade sie ist, auch noch einen im ZDM, der auch so sehr gut im Abräumen ist. Oh, die kommt auch. Das mag ich nicht, wenn sie da, dann so drei Leute auf einen Fleck kommen, ein Teuer noch dabei, also dann wird es immer ekelhaft. Weil ja immer das Problem, dass er nicht rankommt. Ja. Das wird eklig mit Gomez in der Mitte. Ja, Gomez ist auch nicht außen, leider. Das war Schweinsteiger, der gerade in der Mitte durch die Gegend gelaufen ist. Oh, ich dachte, es war Gomez. Ja, das wäre, das wäre, das wäre mir auch alles lieber gewesen, das Schweinsteiger ausgewiesen wäre. Und wir haben einen Schluss, zwei, vier Prozent Beibesetzungen bei mir, das ist schon auffällig, finde ich jetzt, dass du so viel mehr Beibesetz hast. Muss ich aber was ändern, du merkst, deswegen ist es ruhig. Ja. Oh, schade. Ja, der Stand gestern schon in der Zahl. Ja, das Problem war, ich konnte nicht direkt spielen, und dann ist es natürlich, verzögert sich es leider zu sehr. Oh, was nun, was spiele ich denn für den Käse heute? Oh, komm, der kommt. Und Gomez. Oh, schade, ich habe gedacht, den Räumen es jetzt irgendwie ab zu den Meter geht, aber die hältst du ja sowieso, hast du schon gesagt. Also ich hoffe, falsch. Uh, das ist doof. Nein, 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 nein! Na, das wäre, ich hätte nicht... Du musst du mal eins machen. Ich hätte mich zu Tode geärgert, wenn der gekommen wäre, wenn der reingegangen wäre, weil er wieder so doof war, wie ich dann... Ich darf dich auf deine Hinweise in deinem Let's Play Hinweisen ruhig machen. Ja, ich dachte, es wäre so offensichtlich, dass ich so ein Teuter zurück spielen werde. Aber anscheinend nicht. Das ist gefährlich, wenn du da die Flanker von Hallo bringen kannst. Das stand gut. Oh, ne, wo läuft das Spiel? Das funktioniert gerade gar nicht bei mir irgendwie. Boah, das Spiel ist bis jetzt auch nicht so schön anzusehen, finde ich. Oh, Alaba, dann bleib doch irgendwie stehen, Mann, jetzt kommt der. Ey, bitte, es ist so zum Kotzen, dass Alaba da auch noch entgegen geht. Es reicht nicht nur, dass ich es mache, sondern auch noch der CPU-Verteidiger ist halt echt lächerlich. Mann, dann so frei ist natürlich dann mit Ronaldo drin, ist gar keine Chance. Puh, Robben. Das Gute ist, über Skype-Zeit wenigstens, wenn du so Schusstäuschungen machst. Richtig, ja, das habe ich nämlich auch gerade gemerkt. Das ist vor allem auf der Lahn eklig. Wenn du irgendwie eine Schusstäuschung machst, das hört halt der Gegner direkt neben dir. Ja, ja, ich weiß. Das Problem war eben nur, er hat danach, ich meine, die Schusstäusche habe ich jetzt leere gemacht. Du bist ja auch schön gut abgedreht. Nur, er hat sie dann nach dem Ball nicht mehr richtig angenommen. Das liegt auch irgendwie daran, dass wir halt beim Regen spielen. Und hat er sich leider nicht so zum Ball positioniert, dass er den auch reinbringen kann. Wah? Ich dachte, ich habe schon. Oh, na? Nee, das ist nichts. Oh, man. Ja, da wurde immer ganz leer gegriffen, weil sie nicht mehr da gemacht hat. Und die Schussfälle nochmal nicht schlecht. Oh, bitte. Eine neue Idee kann ja auch mal bitte fangen und sich nicht auf den Boden fallen lassen. Nein was für eine starke Abfahrt ich glaube 5 Meter lange Füße das ist das sie haben die Städte Staten und mehr so gut anzunehmen annehmen zu können und dann was draus zu machen das ist Alarm ist stark noch mal also der Regen geht mir richtig auf den Sack muss ich jetzt sagen das dauert so lange das ist ein drittel starken Spiele geworden dort ist die ich bis der die Wendung macht so dass man dann in den Ball vernünftig verteilen kann ja kommt und er hat alle und so sie haben die Güte okay aber stark ja ich dachte er kommt wieder kurz aufs Tor deswegen oh der war scheiße Benzema hat kurz angedeutet und dann bleibt er stehen ja ja komm 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 warum ja nein oh 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 pf 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 pp pp tb pp per u pp pp und euch ein bisschen gelahmt, aber dann gegen Ende war noch ein bisschen was drinne und du hast dich gut verkauft, würde ich sagen. Naja, lass es, sag ich mal. Ich muss nochmal für diejenigen erklären, die jetzt gar nicht wissen, wie es da zustande gekommen ist. Playa against Asti, jeden Sonntag haben wir eine Aktion, wo quasi einer von uns, also diesen Sonntag, jetzt beim ersten Sonntag war es so, dass wir alle drei spielen und normalerweise wird es dann irgendwie so sein, dass einer da sein wird, gegen den ihr dann spielen könnt. In dem Fall hat jetzt Olli quasi das Vergnügen gehabt, gegen mich spielen zu dürfen, wenn ich das mal so formulieren darf und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Natürlich. Dann schauen wir mal. Ich bin überlegen, wie ich am besten abmoderiere, weil ich das noch nie gemacht habe, so ein Play against Ast abmoderieren. Aber das sollte erstmal von mir gewesen sein, kannst auch mal den Leuten nochmal Tschüss sagen. Willst du dich jemanden grüßen? Ja, ich grüße eure Freunde, nämlich den Markus, weil der Räug nämlich auch hat das Spiel, aber der hat es leider nicht geschafft. Okay, cool. Dann bin ich auch aus, heilt eurem Kassen sauber. Euer Tess. Ich bin nicht so холодisch. Ich bin nicht so Bis zum nächsten Mal.